Es war die Hitze des Sommers 1888, die uns an die Küste von Wales getrieben hatte. Normalerweise hätte er, der Mond, seine Bahn verlassen, als Sherlock Holmes die Baker Street, doch diesmal folgte er den Worten der Vernunft und denen meines Rats. Je nach Notwendigkeit, Leibarzt und auch Chronist. Die letzten beiden Fälle hatten meinem Freund und Hausgenossen doch arg zugesetzt. Nun kamen dazu die Sommerhitze und die Langeweile. Um zu verhindern, dass er wieder dem Kokain zusprach, hatte ich kurzerhand über einen Kollegen ein Haus an der Küste von Wales gemietet. Ach, Watson, wer soll in London Wache halten, wenn ich weg bin? Da musste ich doch lachen. Na, mein Bester, die Ganoven werden es überleben, aber wenn sie umfallen, dann feiern die bösen Buben Partys, das ist sicherlich nicht ihr Ziel. Ergeben hatte sich Holmes gefügt, zumal die Wärme in unserer Wohnung immer unangenehmer wurde. Mrs. Hudson wollte unsere Abwesenheit nutzen, um ihre Schwester in Gloucester zu besuchen. So befanden wir uns jetzt in der winzigen Ortschaft Cary und unternahmen einen Spaziergang über einen Höhenzug entlang der Küste. Holmes war, wieder erwarten, von dem willenartigen Haus mit Meerblick sehr angetan, zumal mein Kollege auch noch eine Bekannte bestellt hatte, die für unser Wohl sorgen sollte. Mrs. Eleanor Bryan, eine sympathische Fünfzigerin mit einem hinreißenden Lachen. Sie hatte uns bei der Ankunft bereits im Garten empfangen, mit wehenden, halblangen, blonden Haaren, einem Landfrauenkleid und Barfuß. Wir befanden uns an einem wunderbaren Aussichtspunkt, und zu meiner Freude bemerkte ich, dass auch Sherlock Holmes sich langsam entspannte. Tief sog er die würzige Meeresbrise in die Lungen. »Watson«, hub er an, »ich gebe zu, die Fahrt hierher war eine gute Idee.« Oh, das aus ihrem Munde. Ach, Watson, Sie sind oft so mimosenhaft, aber ich bin nun mal ein Stadtmensch, was nicht bedeutet, dass dieses Landleben auch einmal ganz erquicklich sein kann. Ich setzte mich auf die Bank, die man hier unter einer wunderschönen alten Linde aufgestellt hatte. Von dieser Stelle gab es einen ungetrübten Blick auf das Meer und zur anderen Seite auf die kleine Ortschaft Cary. Es handelte sich um einen ehemaligen Fischerort. Ursprünglich befand sich am Ortsrand auch eine klösterliche Akademie, doch die Nonnen und Mönche waren vor gut zehn Jahren nach Edinburgh umgesiedelt, wobei die Nonnen, 18 an der Zahl, am längsten blieben. Sie gingen erst vor etwa acht Jahren. Nun verfielen die Häuser. Der Wohnbereich der Nonnen durch eine Mauer, von dem der Mönche abgeschirmt, zeigte sich noch im besten Zustand. An der ehemaligen Akademie fehlte jedoch das Dach zum großen Teil. »So wandelt sich alles«, bemerkte Holmes, der meinem Blick gefolgt war. »Vergängliches vergeht, neue Zeiten brechen an. Was bleibt, sind Erinnerungen.« Ich zog eine Augenbraue hoch. »Na, Sie werden ja richtig poetisch, Holmes!« Mein Freund und Hausgenosse kicherte. Er zog seine alte, gebogene Pfeife aus der Jacketttasche und begann, sie bedächtig zu stopfen. »Was wird sein, wenn wir diesen Planeten einst verlassen? Sind wir doch ehrlich, Watson. Ein paar Erinnerungen für gewisse Zeit. Dann wird das Gegenwärtige alles überdecken.« Nachdenklich schaute ich auf die Schaumkronen. Im immerwährenden Rhythmus trieb das Meer zum Land. Pünktlich zum Dinner fanden wir uns wieder in dem gemieteten Haus ein. Mrs. Bryan hatte fürsorglich den runden Tisch im Garten gedeckt. »Wenn Sie mich nicht mehr benötigen, würde ich gern nach Hause gehen und bin morgen um neun Uhr wieder hier«, sagte sie mit ihrer leicht tiefen, aber melodischen Stimme. Wir ließen uns das Essen schmecken. »Eine liebreizende Person, diese Mrs. Bryan«, merkte ich an. Holmes lachte leise auf. »Watson, ich stelle fest, dass die Dame einen tiefen Eindruck bei Ihnen hinterlässt.« »Unsinn«, rief ich aus. Holmes lachte erneut. »Schon gut. Der Blick, den Sie Ihren Beinen nachsandten, die der wehende Rock kaum verdecken konnte, sagte mir alles.« Ich wollte etwas erwidern, aber mein Freund winkte ab. Er hatte ja nicht ganz Unrecht. Mrs. Bryan gefiel mir. Aber dann lenkte ich meine Gedanken in andere Bahnen. Das Mahl war ausgezeichnet und der Wein dazu rundete die Sache hervorragend ab. »Es ist so ein milder Abend, Watson. Was halten Sie von einer Partie Schach hier im Garten?« »Weshalb nicht?« Ich erhob mich, um das Brett und die Figuren aus dem Wohnzimmer zu holen, als uns ein Knall zusammenzucken ließ. »Herrje«, rief ich. »Was war das?« Holmes hatte sich aufrecht gesetzt. »Jäger gibt es hier nicht.« »Kann es von der See gekommen sein?« Ich reckte den Kopf, konnte aber von meiner Position nichts ausmachen. So liefen wir um das Haus herum. Von dort führte ein Weg über die halbhohen Klippen zum Strand. »Dort«, rief ich aus. Ich hatte einen Teil eines im Sand liegenden Körpers entdeckt. Holmes eilte hinter mir her, und bald standen wir vor einer männlichen Person. Sie trug nur ein Badedress. Holmes sah sich um. »Keinerlei Fußspuren.« Ich bückte mich zu dem Liegenden, erkannte aber an der Menge des Blutes, das in den Sand sickerte, dass ich nicht mehr helfen konnte. Ich hob den Kopf des Toten an. »Du liebe Zeit«, stieß ich aus. »Ein Teil des Schädels ist weggerissen.« »Keinerlei Fußspuren«, kam es von Holmes. Ich richtete mich auf. »Der Schuss muss vom Meer her gekommen sein.« »Ja, vom Schusswinkel wohl, aber wir müssten noch ein Boot sehen. So rasch kann es nicht bis zu der Landzunge gekommen sein.« »Eventuell doch ein Schuss von oben«, mutmaßte ich. Doch mein Freund schüttelte den Kopf. »Nein, dann müsste sich der Körper des Mannes gedreht haben. Er fiel platt aufs Gesicht. Sehen Sie hier.« Er zeigte auf den Schädel. Die Kugel drang hinter dem Ohr ein und riss beim Austritt ein Stück von der Stirn weg. Vorsichtig umrundete Holmes den Toten. Dann stutzte er. »Hier, an diesem Stück Fels ist die Kugel abgeprallt.« Nach einer Viertelstunde zog er die Kugel aus dem Sand. »Sehen Sie sich das an, Watson. Angefeilt vorn. So etwas machen Profikiller, um eine große Verletzung herbeizuführen.« »Teufel«, knurrte ich. »Die Partisanen in Afghanistan machten so etwas auch.« Ich blies die Backen auf. »Was tun wir jetzt?« »Eine Polizeistation gibt es in Cary nicht. Nicht einmal ein Telegrafenamt. Demnach keine Möglichkeit, Scotland Yard zu informieren.« Holmes schüttelte den Kopf. »Wir müssen selber ran. Außerdem darf die Flut den Körper nicht fortspülen.« Wir packten beide an und schleppten die Leiche ein Stück einen Hang hoch. »All right«, meinte Holmes und wischte sich über die Stirn. »Wir legen eine Plane darüber. Ich habe so etwas im Gartenhaus der Villa gesehen.« »Ich könnte im Dorf Bescheid sagen damit«, Holmes winkte ab. »Das werden wir vorerst nicht tun, Watson. Mal sehen, ob in kurzer Zeit jemand in Cary oder Umgebung vermisst wird. Zu niemandem ein Wort, auch zu Mrs. Brian nicht. Das ist wichtig.« Wir saßen etwas später in der gemütlichen Bibliothek der Villa. Ein Raum, genau nach meinem Geschmack. Deckenhohe Bücherregale, dazu eine kleine verschiebbare Leiter, eine gemütliche Sitzecke zum Lesen, ein Barocktischchen mit einem arabischen Schachspiel und ein großer Kamin, in dem ein mittelgroßes Feuer knackte. Der Wind hatte aufgefrischt, und so wurde es ohne das Feuer etwas kühl. Auf dem Rauchtisch stand eine Karaffe mit echtem, schottischen, dreißig Jahre altem Whisky. Natürlich grübelte ich über den merkwürdigen Mord nach. »Watson, wir müssen abwarten«, merkte mein Freund Holmes an. »Spekulationen führen nur in die Irre und trüben den Verstand für Fakten.« Wir spielten noch eine Partie Schach, dann begaben wir uns zur Ruhe. Der folgende Morgen brach trübe an. Dicke, dunkle Wolken trieben von der See her auf die Küste zu, und das Wasser an sich zeigte sich aufgewühlt. Mrs. Bryan empfing uns im kleinen Salon mit einem hervorragenden Frühstück. Sie trug ein dunkles Kleid und lief wieder barfuß. Als sie meinen Blick bemerkte, sagte sie etwas verlegen, »Wenn es sie stört, ziehe ich Schuhe an, aber eigentlich mag ich es nicht.« Rasch erklärte ich, dass es mich überhaupt nicht störe. Holmes grinste gegen seine sonstige ernste Art spitzbübisch. »Watson, Watson«, murmelte er nur, als Mrs. Bryan den Raum verlassen hatte. Ehe ich darauf etwas erwidern konnte, hörten wir Stimmen im Flur. Holmes horchte interessiert auf. »Es tut sich etwas, Watson.« Dann kam auch schon ein kleiner, rundlicher Mann herein. Mrs. Bryan hob die Arme. »Es tut mir leid, Mr. Holmes, aber Dr. Pickley ließ sich nicht aufhalten.« Holmes winkte rasch ab. »Das macht gar nichts. Dr. Pickley, Sie sind der Arzt des Ortes?« Unser Besucher schüttelte den Kopf. »Ich bin Doktor der Philosophie und leite das kleine Heimatmuseum.« »Ah, bitte nehmen Sie Platz. Weshalb so aufgeregt? Es ist etwas passiert.« Unser Besucher zog ein Taschentuch hervor und wischte sich über die Stirn. »Das gab es noch nie. Wir haben ja keine Polizei. Das heißt, die bin ich und auch der Bürgermeister. Alles in Personalunion.« Ich hob eine Augenbraue. »Oh, das funktioniert?« »Ach, Dr. Watson, unser Örtchen ist ganz ruhig. Der ruhigste Fleck in England.« Holmes lächelte mild. »Scheinbar ja nicht. Sonst wären Sie nicht hier.« Dr. Pickley stutzte. Dann nickte er. »Richtig. Ja, ich weiß nicht, wie ich die Sache anpacken soll. Fest steht, es kann kein Fremder gewesen sein. Der wäre hier sofort aufgefallen. Also ein Einheimischer. Aber wer sollte das tun und warum?« Nun lachte Holmes laut auf. »Lieber Dr. Pickley, wäre es nicht gut, wenn Sie mir erst einmal sagen würden, was überhaupt passiert ist?« Unser Gast zuckte zusammen. »Himmel! Hatte ich das nicht? Ich bin völlig von der Rolle.« »Das haben Sie bisher noch nicht«, kam es von Holmes. Unser Besucher versuchte, sich zu sammeln. Dann, ich hatte ihm zur Beruhigung einen Whisky kredenzt, dann begann er zu berichten. »Henry Stollen, der Pedell unserer Schule, ist tot.« Sogleich zuckte ich zusammen. »Wie?« Dr. Pickley holte tief Luft und nahm noch einen Schluck Whisky. »Heute Morgen fand ich ihn. Auf dem Hof unseres kleinen Museums steht ein uralter Pranger aus der Zeit um 1234. Ja, genau. Dort hatte man Henry Stollen angehängt, splitternackt und, und, und was?« fragte Holmes ungeduldig. »Man hat ihn zu Tode gepeitscht.« Ich riss die Augen auf. »Was? Aber das hat keiner mitbekommen?« »Nein, Sir, der Hof ist zwar nicht verschlossen, das brauchen wir hier nicht, aber es gibt ein Tor. Außerdem liegt das Museum nicht gerade dort, wo viele Menschen vorbeigehen.« »Wer tut denn sowas?« hauchte ich. Holmes zuckte die Achseln. »Jemand, der unbändigen Zorn auf ihn hatte.« Ich sprang auf. »Aber, Holmes, wer kann so viel Zorn besitzen?« »Rache?« Mein Freund erhob sich. »Wir sollten uns das ansehen. Wurde etwas verändert?« Unser Besucher verneinte. »Ich kam sofort hierher.« Holmes' Gesicht überzog ein zufriedener Ausdruck. »Ein gutes Beispiel für Lestrade«, murmelte er. Nach einer halben Stunde Fußmarsch standen wir im Hof des Museums. Der Anblick, der sich bot, war grotesk. Ein blutüberströmter Körper an einem mittelalterlichen Pranger. Kein Zweifel, er war verblutet und auch durch den Schmerz hoffentlich vorher schon gestorben. »Herrgott! Hier hat sich wirklich jemand unbändig ausgetobt!«, flüsterte Holmes erschüttert. Er blickte zum Himmel. Er wurde über dem Meer immer grauer. Dazu nahm der Wind zu. »Gibt es sonst noch etwas hier im Ort, über das man spricht?«, wollte Holmes wissen. Dr. Pickley zuckte die Achseln. »Nein? Wieso? Mein Archivargehilfe ist noch nicht aufgetaucht, aber es ist ja Sonntag.« Da kam eine kleine Frau auf uns zugerannt. Ich schätzte sie auf knapp vierzig. Ihr Antlitz rickte verstört. Pickley runzelte die Stirn. »Mrs. Doyle? Sie sind ja ganz aufgeregt.« Die Frau rang nach Luft. »Haben Sie Simon gesehen?« Pickley schüttelte den Kopf. »Nein? Ich erwarte ihn eigentlich. Wir wollten im Archiv etwas Ordnung herstellen.« Die Frau fuhr sich nervös durch das Gesicht. »Es hat den Anschein, als sei er gar nicht in der Nacht nach Hause gekommen.« Pickley knetete die Hände. »Er hat aber pünktlich um sieben das Museum verlassen. Ich habe noch hinter ihm abgeschlossen.« »Wer besitzt noch Schlüssel?«, warf Holmes ein. »Nur Doyle und ich.« Mein Freund musterte den Hof. »Dieses Tor,« so sagten sie, »sei immer offen?« Pickley hob die Hände. »Nicht offen, aber nicht abgeschlossen. Hier stiehlt niemand.« Mein Freund wies Pickley an, den Leichnam irgendwo sicher aufzubahren. »Wir kommen nicht dummhin, Scotland Yard zu benachrichtigen. Senden Sie jemanden zum nächsten Ort mit Telegrafenamt. Erklären Sie in der Meldung, dass der Pedell zu Tode gekommen ist.« Ich wollte schon etwas ergänzend rufen, als ich Holmes' harten Blick einfing. Ich drehte mich leicht weg. Weshalb wollte er nicht, dass jemand von dem anderen Leichenfund etwas erfuhr? Auf dem Rückweg zur Villa erklärte mein Freund es mir. »Die beiden Fälle hängen zusammen, und ich möchte den Täter irritieren.« Ich sah meinen Begleiter erstaunt an. »Zusammen? Wieso? Wie kommen Sie darauf?« Holmes blieb stehen. Der Wind zerrte an seinem Haar und dem Mantel. »Ein Gefühl. Ein untrügliches Gefühl, Watson. Jetzt musste ich doch leise lachen. Sie geben doch sonst nur etwas auf Fakten.« »Ja«, kam es leise, und er ging weiter. Der Wind nahm merklich zu. »Es wird einen der berüchtigten Stürme geben«, erklärte Mrs. Bryan. »Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gern nach Hause gehen.« Ich schaute Holmes an. Der legte unserer Haushälterin den Arm um die Schulter. »Sicher. Wir kommen schon klar. Wenn es morgen allzu schlecht mit dem Wetter sein sollte, bleiben Sie ruhig zu Hause.« Ich trat durch die geöffnete Terrassentür und ließ mir, im wahrsten Sinne des Wortes, den Wind um die Nase wehen. »Die Sommerstürme hier sind berüchtigt«, vernahm ich die Stimme von Holmes hinter mir. »Es könnte sein, dass wir morgen das Haus nicht verlassen können.« »Hoffentlich wird unsere Leiche nicht weggespült«, brummte ich. Mein Freund winkte ab. »Ich denke, hinter dem Fels ist sie sicher.« Es sollte eine Sturmnacht werden, die ich so schnell nicht vergessen würde, ganz zu schweigen von den folgenden Tagen. Wir vertrieben uns die Zeit am frühen Abend mit zwei Partien Schach. Mrs. Bryan hatte ein kaltes Abendessen vorbereitet, das wir im Wintergarten der Villa genossen. Von hier sahen wir, wie die Meereswogen sich immer weiter auftürmten. Die Bäume im Garten bogen sich bedenklich. Dazu kroch eine große, tiefschwarze Gewitterfront vom Meer heran. Holmes schenkte Rotwein nach und bemerkte dabei, »Es wird ungemütlich, Watson!« Da zuckten über dem Meer auch schon die ersten Blitze auf. Wir räumten gerade das Geschirr ab, da pochte es wie verrückt an die Eingangstür. »Wer läuft denn bei diesem Wetter noch draußen herum?«, rief ich erstaunt aus und eilte zur Tür. »Herr Bürgermeister!« Der Mann wurde fast von einer Windböe umgeblasen. Rasch zog ich ihn in den Flur. »Ist wieder etwas?«, er nickte. »Mr. Pickley!«, rief Holmes aus. »So, wieder ein Toter, ich werde noch verrückt!« Holmes zog die Brauen zusammen. »Wo?« »Auf dem alten Klosterfriedhof, auf dem Grab einer Nonne!« Wir kämpften uns durch den Sturm. Dazu begann es wie aus Kannen zu regnen. Endlich standen wir vor der Leiche. »Himmel!«, rief ich aus. »Wer ist das?« »Jeremy McFoe, der Küster unserer Kirche!« Pickley schrie es gegen den Wind. Holmes umrundete den Toten. Das Regenwasser lief wie Tränen über das vom Schmerz verzerrte Gesicht. Ich inspizierte die Leiche vom Rande des Grabes. Sie trug einen schwarzen Anzug. Er zeigte sich im Moment vom Lehm des Grabes völlig verschmutzt. Verwaschen erkannte man Schleifspuren. Wenig später bestätigte mein Freund Holmes meinen Eindruck. Er ist erst betäubt und dann hierher geschleift worden. Von einer Person, die nicht übermäßig stark ist. Ah, hier! Holmes beugte sich tief zur Erde herab. Ein merkwürdiger Abdruck. Er richtete sich auf und blickte zum entfernt liegenden düsteren Gebäude des Klosters. »Das ist die Ruine des Nonnenklosters?« Der Bürgermeister bestätigte das. »Watson«, wandte sich mein Freund an mich. »Können Sie sagen, wie lange der Tote hier liegt?« Ich befühlte den Leichnam, zog ein Augenlid hoch und nahm den Gesamtkörper in Augenschein. »Nur ganz grob angenommen. Das Wetter verfälscht die Hauttemperatur. Drei Stunden.« Dann fiel mir etwas auf. »Ich sehe keine äußere Verletzung.« Holmes nickte. Das Regenwasser lief ihm aus den Haaren. »Sehen Sie sich die Nase an. Sie ist an den Rändern der Nasenlöcher verätzt.« Ich folgte dem Hinweis. »Wahrhaftig! Er wurde mit einem ätzenden Gift umgebracht.« Erneut nickte Holmes. Dann zog er die pitschnassen Hosenbeine des Toten hoch. Nun staunte ich erneut. »Er trägt keine Socken!« Vorsichtig entfernte ich den linken Schuh und erstarrte. »Der Fuß ist bis auf den Knochen verbrannt!« Mit großen Augen sah ich erst Holmes, dann Pickley an. Mein Freund steckte die Hände in die Taschen des nassen Mantels. »Ich gehe davon aus, dass der andere Fuß genauso aussieht!« Holmes richtete den Blick zum Kloster, und dann blieben seine Argus-Augen auf dem Grabstein hängen. »Aileen Dark, 1862 geboren. Gestorben?« »Himmel, Doktor! Sie wurden nur siebzehn Jahre!« Sein Blick suchte den von Pickley. »Wer war diese Aileen?« Der Bürgermeister zuckte die Achseln. »Der Name ist mir nicht geläufig. Aber wenn das Mädchen im Kloster lebte, ist das kein Wunder. Eine Familie Dark gibt es im Ort nicht.« Holmes richtete den Blick zum Himmel. Das vom Sturm zerzauste Haar gab meinem Freund ein dämonisches Aussehen. Der Mann wurde qualvoll gefoltert, aber nicht hier. Der Tod muss eine Erlösung für ihn gewesen sein. Er schnaubte durch die Nase. »Vermutlich sind die Taten auch an dem Schulhausmeister ein Racheakt gewesen. Aber für was?« Der Bürgermeister zuckte erneut die Achseln. Kälte und Nässe ließen ihn leicht zittern. »Ich will den Klosterbau und die Akademie inspizieren.« »Ihr hetzt!« rief Pickley erstaunt über den Wunsch meines Freundes aus. Holmes gab keine Antwort, sondern lief los. Notgedrungen folgten wir. Durch ein hohes steinernes Tor, flankiert von zwei Engeln, gelangten wir in einen atriumähnlichen Hof. Hohe Bogenfenster zwischen Säulen gaben dem Ganzen einen düsteren Anblick. Einst mochte der Garten anheimelnder ausgesehen haben, aber nun war alles dem Verfall preisgegeben. Durch den Rest einer schweren Eichentür betraten wir eine dunkle Halle. Ich gestehe, ich bekam ein beklemmendes Gefühl. Eine alte Handkarre stand dort. Es gab frische Spuren eines Transportes. »Das Kloster soll einst ein Ort voller Kultur und Kunst gewesen sein,« erklärte uns Pickley. »Dann kam es vor...« Er hob ein wenig die Arme. »Acht oder neun Jahren zu einem Überfall.« Holmes blieb ruckartig stehen. »Überfall?« Der Bürgermeister ließ den Blick durch die finstere Halle schweifen. »Ja, das ist nie geklärt worden. Zum Zeitpunkt der Geschichte sind nur sieben oder acht Nonnen vor Ort gewesen. Das Mönchskloster war zu dem Zeitpunkt bereits verlassen, aber die damalige Äbtissin, eine Adlige, besaß enorme Kunstschätze, die sie dem Kloster vermacht hatte. Nun, das Kloster wurde wohl teilweise geplündert. So sagte es später die Polizeibehörde aus Swansea. Die hatten Spezialisten hergeschickt.« »Nicht Scotland Yard hat ermittelt?« fragte ich erstaunt. Pickley verneinte das. Holmes wippte auf den Fußballen. »Was weiß man von dem Überfall und den Ermittlungen?« »Was weiß man? Ähm, der Orden und die Polizei hielten sich eher bedeckt. Jedenfalls wurden die Schuldigen nicht gefunden, und darauf verließen die Nonnen das Kloster.« Holmes betrachtete Pickley nachdenklich. Dann ging er weiter und blieb vor einem dunklen Fleck auf dem Boden stehen. »Hier waren wir etwas vor dem Wind geschützt.« Holmes riss ein Streichholz an. »Hier gab es vor nicht allzu langer Zeit ein Feuer.« Er riss ein weiteres Streichholz an und ging weiter. »Hier hat man die Reste hingefegt. Es gibt schwere Taue wie von einem Schiff.« »Hohl«, klang seine Stimme. Er kehrte zu uns zurück. »Die Sache ist klar. Jeremy McFoe wurde hier gemartert, dann vergiftet und dann mit der Karre zum Grab transportiert.« Pickley holte hastig Luft. »Warum dorthin?« »Weil das Grab für den Mörder eine Bedeutung hat,« kam es leise über die Lippen meines Freundes. Wir hatten trockene Kleidung angezogen und saßen im Wintergarten. Das Kaminfeuer aus dem Salon wärmte bis hierher. Der Sturm tobte jetzt mit voller Macht. »Holmes, diese Mordserie, ich werde nicht schlau daraus.« Mein Freund hob das Glas mit dem goldgelben schottischen Whisky. Nachdenklich schaute er in die Reflexion, die das Kaminfeuer darin entfachte. »Es geht um das ehemalige Kloster, den damaligen Überfall, der Schluss endlich dazu führte, dass die Nonnen auch diesen Ort verließen.« Ich schüttelte den Kopf. »Rache? Nach so langer Zeit?« »Weshalb nicht? Vielleicht ergab sich jetzt erst die Gelegenheit.« Ich zündete mir eine Zigarre an. »Weshalb erzählten Sie dem Bürgermeister nichts von unserer ersten Leiche?« »Ich will den Täter verunsichern.« Mein Blick wurde fragend. Holmes begann bedächtig, seine Pfeife zu stopfen. »Wurzen, ich benötige Informationen darüber, was damals wirklich passiert ist.« »Pickley sagte doch, die Polizei und der Orden würden mauern.« Mein Freund lachte auf. »Glauben Sie das?« »Nein, nein.« »Pickley weiß genau darüber Bescheid.« Ich nahm einen Schluck Whisky. »Weshalb sagte dann nichts?« murrte ich danach. Mein Freund sah einem Rauchkringel nach. Er gehörte vermutlich zu den Beteiligten damals. Mir blieb die Luft weg. »Zahl uns.« »Dann sind alle Toten.« »Davon gehe ich aus, Watson.« Ein großer Ast jagte an der massiven Scheibe des Wintergartens vorbei. »Nun«, meinte Holmes und zog an seiner Pfeife. »Im Moment sehe ich keine Gefahr. Der Sturm nimmt Ausmaße an, dass sich diese Nacht wohl niemand mehr aus den Häusern traut.« Es muss wohl schon kurz nach Mitternacht gewesen sein, als Holmes riet, die schweren Jalousien vor dem Wintergarten herunterzulassen. Gesagt, getan. Wir setzten uns in die Kaminecke des Salons. Beide verspürten wir momentan noch keinerlei Müdigkeit. Mein Freund angelte sich ein Buch über die Historik des Örtchens Carrie aus dem Hohen Regal. »Das ist wirklich eine erlesene Bibliothek«, bemerkte ich und stöberte an den Buchrücken entlang. Bald entdeckte ich etwas, was auch mich interessierte. So saßen wir denn beim gemütlich knisternden Feuer und gutem Whisky bis tief in die Nacht im Salon. Am nächsten Morgen glaubte ich, jemand habe unsere Fenster zugenagelt, so finster war es. Holmes hantierte in der Küche, was für mich absolut als ein ungewohntes Bild zu bezeichnen war. »Ob ein chemisches Experiment oder die Erstellung eines guten Kaffees, Watson, das bleibt sich gleich. Wenn Sie sich um den Rest kümmern?« »Mrs. Brian wird wohl heute nicht kommen«, warf ich ein und öffnete den Vorratsschrank. »Das Haus zu verlassen, wäre heute ein Spiel mit dem Leben. Zu Regen und Sturm hat sich auch noch Nebel gesellt. Eine seltene Zusammenfügung. Aber es war Gischt aus dem Meer. Diese erwies sich gleichfalls so undurchsichtig wie unsere Londoner Erbsensuppe. Die schweren Rollläden vor den Scheiben des Wintergartens öffneten wir lieber nicht. So frühstückten wir am gemütlichen Kamin. Das Feuer fauchte ab und zu auf, wenn der Wind in den Kamin drückte. Eigentlich beabsichtigte ich mir, das Kloster genauer anzusehen, aber die Gefahr, von einem umherfliegenden Baumast oder anderem getroffen zu werden, ist sehr hoch, ganz davon abgesehen, dass es uns nach wenigen Metern schon von den Füßen schleudern würde.« Holmes wollte Kaffee nachschenken, verhielt aber mitten in der Bewegung. »Was haben Sie?«, wollte ich mit gerunzelter Stirn wissen. Holmes schüttelte den Kopf. »Ach, nur so ein Gedanke.« Ehrlich gesagt, ich war froh, nicht aus dem Haus zu müssen und hoffte, dass dies auch nicht notwendig sein müsste. Aus meinen Notizen ersehe ich, dass der Tag später in der Times als der stürmischste seit vierzig Jahren bezeichnet wurde. An vielen Orten von Wales war das Wasser über die Ufer getreten und eine Anzahl Menschen fand den Tod durch Haustrümmer oder umgestürzte Bäume. Doch wie gesagt, das erfuhren wir erst später. Der Sturm pfiff ums Haus, als ob alle armen Seelen der Hölle losgelassen seien. Nach dem Frühstück wollte ich einmal schauen, wie die Situation im Außenbereich sich abzeichnete. Ich versuchte, die Haustür zu öffnen. Diese wurde mir schier aus der Hand gerissen und knallte vor die Flurwand. Ich wurde von einer Böe fast zwei Meter ins Haus geschleudert. Mit aller Kraft gelang es mir, die Haustür wieder zu verschließen. »Du liebe Zeit, Holmes!« rief ich. »Das ist ja lebensgefährlich!« Das Pfeifen wurde wieder etwas abgedämpft. Mein Freund kam in den Korridor und verzog das Gesicht. »Ich denke, die Exkursion zum Klostergebäude hat sich für heute erledigt. Wir kämen nicht mal zwei Meter weit ohne Blessuren.« Da fiel mir etwas auf dem Fliesenboden auf. Ich bückte mich und nahm erstaunt ein mit einer groben Kordel zusammengehaltenes Bündel auf. Nachdenklich drehte ich es in den Händen. Es schien eine alte Zeitung zu sein, schon vergilbt. Mit meinem Fund ging ich in den Salon zu Holmes. Das lag auf dem Boden des Flurs. Ich bin mir sicher, es vorher noch nie gesehen zu haben. Über der Nase meines Freundes entstand eine steile Falte. Könnte es durch den Wind von irgendwo heruntergeweht sein? Ich zuckte die Achseln. Möglich, dass es auf dem alten Schrank lagerte. Mein Freund zog die Kordel ab. »Eine Times und ein Wales Chronicle von 1879. Elementar, Watson.« Ich stutzte. »1879? Moment, das war doch...« Holmes nickte. »Genau, Watson.« Mein Freund ging zum Esstisch und breitete sorgsam beide Zeitungen aus. Die Times berichtete auf Seite 3 von einem Raubüberfall auf ein Museum in Nantes, Frankreich. »Das ist ja merkwürdig,« murmelte Holmes und beugte sich weiter über den Artikel. »Ich las mit.« Der Raubüberfall geschah sechs Monate vor dem Tod dieser Aileen Dark. Zufall? Ein Collier aus dem Besitz der Madame Pompadour wurde gestohlen. Die Polizei verfolgte eine Spur bis zur Küste. Der Hauptermittler nahm an, dass es sich um die berühmte Bande des Org handelte. Eine auf Kunst spezialisierte Bande, die vom englischen Festland schwerpunktmäßig in Frankreich und Spanien ihr Unwesen trieb. Bereits monatelang versuchte man, das sich als Org bezeichnenden Anführers habhaft zu werden. Die Spur verlor sich aber immer an der englischen Küste. Holmes legte die Zeitung zur Seite. »Ich habe von der Sache damals gehört.« Nun schlug Holmes den Wales Chronicle auf. Auf Seite 2 wurde von einem angeblichen Überfall auf den Wohnbereich des Klosters Cary berichtet. Allerdings stritten später die Nonnen wie auch der Orden der heiligen Schwestern dieses Vorkommnis ab. Ich richtete mich auf und schüttelte den Kopf. »Was soll das? Weshalb hebt jemand solche Zeitungen auf?« Holmes schmauchte eine dicke Rauchwolke. »Jemand, der einen Zusammenhang beider Ereignisse kennt. Von wem haben Sie dieses Haus gemietet, Watson?« »Ich hob die Arme.« »Von einem Kollegen. Dr. Henry Sweater in der Bond Street. Ein alter Studienkollege. Wir treffen uns ab und zu im Medical Club. Ich sprach mit ihm über eine Luftveränderung auf dem Land. Da erzählte er mir von seinem Haus, das er aber zurzeit kaum nutze.« »Wem das Haus früher gehörte, wissen Sie nicht?« Ich blies die Backen auf. »Puh! Er erwähnte einmal, dass es einer Diözese gehört habe.« Holmes wandte sich um und lief in die Bibliothek. Bald hörte ich einen befriedigenden Ausruf. Mit einem dicken Wälzer kehrte er zurück. »Die Katasteraufzeichnungen des Örtchens Cary. Das Haus und Grundstück gehörte zum Orden der Brüder vom Heiligen Kreuz.« Mir dämmerte etwas. »Das ist der Orden der Mönche, die den Männertrakt des Klosters bewohnt haben.« Holmes legte das Buch auf den Tisch. »Ich sehe Licht am Ende des Horizonts, verehrter Watson.« »So ganz klar ist mir das noch nicht,« warf ich ein. Holmes sagte nichts, sondern ging in den Flur. Dort griff er einen der antiken Stühle, die eher als Zierrad dort standen, stellte ihn vor den hohen alten Schrank. Er stieg hinauf und erklärte, »Jemand, der hier wohnte, kannte die Zusammenhänge und hat die beiden Zeitungen hier oben gelagert.« Holmes stieg wieder herunter. »Watson, wissen Sie, wer hier vorher gewohnt hat?« Da musste ich überlegen. Mein Kollege hatte mal bis vor drei Jahren hier gewohnt, dann war er ganz nach London gezogen. »Ich glaube, Mrs. Brian wohnte auch hier im Haus, damals. Erst als Svetter das Haus vermietete an Freunde und Bekannte als Ferienhaus, da bezog Mrs. Brian eine eigene Wohnung. Genau weiß ich das aber nicht. Sie wird sicher wissen, wer hier zwischenzeitlich gelebt hat.« Holmes nickte. »Das nehme ich an.« Wir zogen uns in die Bibliothek zurück. »Mir ist dieser Schrank noch nie aufgefallen. Es scheint ein uraltes Stück zu sein,« brummelte ich und goss mir Whisky nach. Holmes zuckte zusammen, dann sprang er wieder hoch und rannte in den Flur. »Hey!« rief ich und folgte ein Stück. »Watson, helfen Sie mir mal!« hörte ich da die Stimme meines Freundes. Als ich um die Zimmerecke bog, sah ich, wie Holmes sich gegen den Schrank stemmte. »Was soll das? Fällt Ihnen nicht auf, wie eng er hier in die Lücke passt?« »Ja, und?« »Himmel, Herrgott! Es ist doch offensichtlich, dass er etwas verbirgt. Schieben Sie schon!« Es gelang uns, schweißtreibend, das riesige Teil ein Stück nach rechts zu schieben und dann leicht nach vorn zu uns zu ziehen. Plötzlich ging alles ganz leicht, wie auf einer Schiene. »Na nu!« entfuhr es mir. Holmes angelte an der Rückwand herum. »Luftzug, ich ahnte es doch.« »Und hier befindet sich, holla, ein Mechanismus. Der hat sich gelöst.« Holmes atmete schwer. »Noch ein kleines Stück, Watson. Es geht jetzt ganz leicht, und dann benötigen wir eine Kerze.« Verblüfft starrte ich wenig später in die tunnelartige Öffnung. Dort heulte aus einer scheinbar weiten Ferne der Sturm. »Eine Höhle!« hauchte ich. Holmes war schon mit der Kerze vorangegangen. Mit der Hand schützte er die Flamme vor dem Wind. Von irgendwo tropfte es. Der unebene Weg führte durch schroffen Fels leicht abwärts. So verlief es wohl um die hundert Meter, dann erweiterte sich der Gang und trübes Licht brach ein. »Holmes!« rief ich aus. Mein Freund lachte hart auf. »Wir befinden uns in der Halle des alten Nonnenklosters. Sie erkennen es wieder, Watson, wie ich bemerke.« »Also eine Verbindung zu dem Haus.« »Korrekt. Wann,« sagten Sie, »zog Ihr Kollege ganz nach London?« »Vor drei oder vier Jahren, glaube ich.« Holmes zuckte die Achseln. »Nun, egal. Aber ich denke, dieser Gang führt mich zu einer Erkenntnis.« Ich verzog das Gesicht. »So? Zu welcher denn?« »Später, mein Guter. Wir sollten...« Er stockte mitten im Satz und hatte mit weit aufgerissenen Augen den Blick zu dem hohen, glaslosen Fenster gerichtet. Ich folgte der Richtung mit meinen Blicken. Das große, steinerne Kreuz auf dem Vorhof. Doch dann erkannte ich es. Eine Gänsehaut breitete sich über meinem Rücken aus. Nur fünf Minuten später standen wir erschüttert vor der Szene. Der Sturm riss uns fast von den Beinen, aber wir harten aus. Der nackte, geschundene Leib, den man auf das gewaltige Kreuz gebunden hatte, war Pickley. Holmes fuhr sich durch das nun regennasse Gesicht. Ich hätte es ahnen müssen, aber ich dachte, bei dem Unwetter schlägt der Mörder nicht zu. Das Unwetter hatte sich verzogen, und Holmes hatte einen Boten nach Peridon geschickt. Der Ort lag vier Meilen entfernt und besaß ein Telegrafenamt. Von dort sollte er Scotland Yard benachrichtigen. Zwei starke Männer hatten den Toten vom Kreuz genommen. Wer konnte das allein schaffen? warf ich die Frage auf. Holmes sah mich ernst an. Er war nicht allein. Wir kehrten ins Haus zurück. Schüchtern zeigte sich ein Sonnenstrahl. Bereits am frühen Morgen nach der grausigen Nacht hatte es sich abgezeichnet, dass sich das Wetter ändern würde. Mit dem Nachmittagszug traf Lestrat ein. Vier Morde! Der Inspektor schaute fassungslos. Holmes händigte dem Mann vom Yard die alten Zeitungen aus. Sie denken an einen Zusammenhang? Aber sicher! Lestrat stellte das Whiskyglas ab. Nun, dann werde ich mich mal an die Recherche machen. Tun Sie das, kam es aufmunternd von Sherlock Holmes. Ich sah von meinem Sessel aus zu meinem Freund auf. Sie haben doch längst das Puzzle gelöst, knurrte ich. Holmes wandte sich mir lächelnd zu. Sie nicht, Watson? Nein, stieß ich hervor. Holmes begann, seine Pfeife zu stopfen. Es ist doch offensichtlich. Machen wir einen Spaziergang. Meine zweite Depesche wird sicher die vollkommene Klarheit bringen. Welche zweite? An eine bestimmte Person. Wir zogen unsere Mäntel an. Die Sonne ließ den Dunst von den Wiesen und Felsen aufsteigen. Scheinbar zufällig erreichten wir ein Plateau. Von hier hatte man einen freizügigen Blick auf das alte Kloster. Sehen Sie, Watson, das dort ist der Ort eines furchtbaren Geschehens und auch die Lösung der Morde. Ehrlich, ich verstand das noch nicht. Da erkannte ich vor dem Kloster eine Gestalt in einem dunklen Mantel. Sie schien es eilig zu haben. Holmes reckte das Kinn vor. Watson, wir sollten ins Haus zurückkehren. Ich wunderte mich, welche Ruhe meinen Freund und Hausgenossen überkam. Genüsslich seine Pfeife rauchend und scheinbar die Sonne nach den Sturmtagen genießend, näherten wir uns unserer gemieteten Villa. Vor der Haustür blieb Holmes ruckartig stehen. Jetzt keinen Laut mehr, Watson. Der Fuchs sitzt in der Falle. Himmel noch mal, was meinte er denn damit? Fast lautlos schloss Holmes die Tür auf und machte noch einmal die Geste des Schweigens. Ich wusste aus Erfahrung, dass er seine Gründe haben mochte. Er lief auf Zehenspitzen auf den großen Schrank zu. Er bedeutete mir, auf die andere Seite zu gehen. Da schob sich der Schrank auch schon leicht knirschend nach vorn. Staunend sah ich eine männliche Person in den Flur treten. Holmes warf sich gegen den Schrank, der in seine Ursprungsposition zurückfuhr. Der Fremde zuckte zusammen. Guten Tag, Mr. Sweater, rief Holmes fröhlich. Oder soll ich besser sagen Ork? Völlig verdattert blickte ich auf meinen Studienkollegen. Was? Du, verdammt, stammelte ich. Holmes lachte leise auf. Meine Nachricht hat sie wohl aus dem sicheren Bau getrieben, kam es zynisch. Der Bursche machte einen Ausfallschritt. Geistesgegenwärtig stellte ich ihm ein Bein. Da ließ Holmes die Handschellen klicken. Ist doch immer gut, so etwas in der Tasche zu haben, nicht wahr, Watson? Er blickte zudem am Boden liegenden Sweater. Ach ja, was Sie suchen, habe ich gestern bereits Inspektor Lestrade übergeben. Wir hatten die schweren Rollläden des Wintergartens wieder hochgekurbelt. Diese und die festen Blendläden, das wurde mir klar, waren nicht wegen möglicher Stürme angebracht worden. Sweater, der Anführer einer internationalen Verbrecherbande. Ich konnte es nicht fassen. Wieso hat er mir das Haus vermietet, knurrte ich verständnislos. Holmes hob etwas die Schultern an. Die Ereignisse konnte er nicht vorausahnen. Ich setzte mich in den bequemen Sessel und angelte nervös nach einer Zigarre. Weshalb hat er seine Bandenkollegen umgebracht? Holmes lachte kurz auf. Watson, das war er nicht. Wie? Mein Freund angelte sich eine gebogene Pfeife vom Schachttisch und begann diese mit der Gross-Wanner-Mischung zu stopfen. Ich hob eine Augenbraue. Wenn er diesen sündhaft teuren Tabak rauchte, war er sehr mit sich zufrieden. Das sagte mir, er kannte den Mörder. Rau kam es über meine Lippen. Wer ist es? Mein Freund und Hausgenosse lächelte. Warten Sie noch bis morgen, guter Freund. Es begann wieder zu regnen und es trommelte an unsere Fenster. Eine Partie Schacht zur Ablenkung? schlug Holmes vor. Ergeben stimmte ich zu. Ich würde jetzt sowieso nicht mehr über den Fall erfahren. Der kommende Morgen brachte Sonnenschein. Als ich nach unten ins Esszimmer der Villa kam, erfreute mich ein reichhaltiges Frühstück von Mrs. Bryan. Sherlock Holmes plauderte munter über Land und Leute. Nun ja, sagte er eben. Es waren nicht nur wettermäßig stürmische Tage, aber Scotland Yard hat nun alles im Griff. Ich bin nur ein kleines Hilfsmittel gewesen. Mrs. Bryan lächelte. Ihre Fähigkeiten kennt man auch hier, Sir. Aber das Mr. Svetter, sie schüttelte den Kopf. Ich vermag es nicht zu glauben. So kann man sich täuschen, entgegnete Holmes. Allerdings fehlt uns noch ein Teil des Puzzles. Mr. Svetter sagte, er habe es in der alten Mönchsakristei weggeworfen. Er murmelte etwas von einer Skulptur. Es soll sich gleichzeitig um einen Hinweis des tatsächlichen Mörders handeln. Holmes griff sich ein Brötchen. Svetter wollte den Inspektor gleich dorthin führen. Mrs. Bryan nickte. Dann viel Erfolg. Damit verließ sie das Esszimmer. Dann schaute sie noch einmal herein. Mr. Holmes, Dr. Watson, ich muss noch etwas einkaufen. Ich bin zum Mittag wieder bei Ihnen. Ich setzte mich meinem Freund gegenüber. Eben wollte ich etwas sagen, als Holmes mir ins Wort fiel. Wir sollten uns gleich noch einmal mit Lestrade treffen. Wenig später vernahmen wir das Klappen der Haustür. Nach fünf Minuten sprang Holmes auf. Kommen Sie, Watson, zum Finale. Völlig perplex sah ich ihn an. Was denn? Wie denn? Machen Sie schon? Ich hatte Mühe, noch meinen Mantel zu greifen. Da lief Holmes auch schon nach draußen. Zum Henker, was hatte er vor? Holmes, so warten Sie doch. Endlich hatte ich ihn eingeholt. Kerry lag malerisch im Sonnenschein unter uns, als wir über den kleinen Höhenzug dem Kloster zustrebten. Wir erreichten den Eingang und Holmes gebot kein Wort jetzt. Gebückt führte er mich durch einen schmalen, voller Schutt liegenden Gang bis zu einer Säule. Dort hockte er sich auf einen Stein. Ich hatte keine Ahnung, was er hier wollte. Doch dann vernahm ich leichtes Rascheln. Und eine Gestalt in einem Kapuzenumhang schob sich in unser Sichtfeld. Sie sah sich suchend um. Holmes erhob sich und ging auf die Gestalt zu. Mr. Sweater wird nicht kommen, Mrs. Bryan. Oder soll ich sagen Lady Yvonne Dark? Die Angesprochene zuckte zusammen und wirbelte herum. Nun sah ich ihr bleiches Gesicht. Ihr Mund öffnete und schloss sich stumm wie bei einem Fisch auf dem Trockenen. Mein Freund ging näher und blieb dann vor ihr stehen. Sie sind die Schwester der Äbtissin des Klosters, das damals von Sweaters Bande überfallen wurde. Eileen befand sich zu der Zeit in der Obhut ihrer Schwester, weil sie sich mit ihrem Mann, dem Leiter des Museums von Nantes, auf einer Forschungsreise befanden. Dass Sweater der Kopf der Bande war, konnten sie nie beweisen. Aber die anderen Täter, die, um die Beute wiederzubekommen, in das Kloster eindrangen, konnten sie ermitteln. Sie hatten erfahren, was passiert war. Die Frau sackte weinend in die Knie. Holmes ging in die Hocke und legte den Arm um die zitternde Gestalt. Ich weiß alles. Wir alle drei saßen im Wintergarten der Villa. Holmes hatte es geschafft, Mrs. Bryan zur Rückkehr in die Villa zu bewegen. Nach einem Whisky hatte sie sich beruhigt. Mit verweinten Augen sah sie erst mich, dann Sherlock Holmes an. Ja, ich habe die Bestien umgebracht, genau so, wie sie damals in dem Kloster wüteten. Die Bande hatte ihre Beute dort heimlich versteckt, aber meine Schwester hatte sie beobachtet. Sie wollte die Sachen zurückgeben, aber da tauchten Pickley, die anderen und Doyle auf, und sie forderten die Rückgabe der Beute. Meine Schwester lachte sie aus. Sie zogen wieder ab, doch zwei Nächte später kamen sie zurück, überfielen die Nonnen im Schlaf, und da meine Schwester nicht da war, sie war nach Swansea zur Polizeistation gefahren, folterte die Bande die anwesenden Schwestern. Meine Tochter starb dabei. Yvonne Dark schluchzte auf, dann fuhr sie fort. Bei der Rückkehr fand meine Schwester die fürchterlich zugerichteten Leichen. Sie telegrafierte mir und schilderte die Einzelheiten. Als sie nach Carrie zurückkam, wurde sie erschossen. Als ich das erfuhr, wollte ich nur noch Rache. Das Kloster wurde aufgelöst. Ich zog nach Carrie. Lange Zeit beobachtete ich die Übeltäter. Ich wusste nicht genau, wer was getan hatte, aber eines Tages sah ich sie, wie sie sich im Kloster trafen. Ich hörte Teile ihres Gespräches. Ich nahm mir jeden Einzelnen vor, nachdem ich sie lange genug beobachtet hatte. Jeder bekam seine Lektion. Nur den Anführer kannte ich nicht. Ich hatte Sweater im Verdacht, daher heuerte ich schon vor langer Zeit als Haushälterin bei ihm an. Aber so sehr ich auch sein Haus inspizierte. Ich fand keinen Beweis. Holmes zog langsam die Luft ein. Erst durch uns erfuhren sie es und hatten die Absicht, ihn heute seiner Strafe zuzuführen. Yvonne Dark bestätigte das. Doyle, war der Erste. Ich erschoss ihn, indem ich im Wasser schwamm. An den Felsen stieg ich an Land. Ich habe sie noch gesehen, Mr. Holmes. Sie sind selbst lange Zeit Nonne gewesen in dem Kloster. Es klang wie eine Feststellung meines Freundes. Ein Barfüßer-Orden. Yvonne Dark alias Mrs. Bryan machte ein erstauntes Gesicht. Ja, aber woher? Holmes lächelte freundlich und deutete auf ihre Füße. Sie halten und hielten sich nach ihrer Rückkehr in Carrie immer noch aus Gewohnheit an die Ordensregeln. Sie schluckte. Manches steckt in einem. Einen Moment lang herrschte Schweigen. Ich beugte mich vor und ergriff die zarte Hand der Frau. Wann haben sie den Orden verlassen? Als ich Robert kennenlernte, da löste ich mit Einverständnis der Ordensleitung mein Gelübde. Wir heirateten und zogen nach Nord. Der Tod unserer Tochter brach ihm das Herz. Hm, machte ich. Aber manches kann man nicht abstreifen wie einen Mantel. Erstmalig lächelte Yvonne Dark wieder. Holmes räusperte sich. Sveta kannte sie nicht? Nein, er hatte mich wohl nur ein einziges Mal gesehen. Vor langer Zeit. Nie im Kloster. Sie zog ein Taschentuch hervor und wischte sich über die Augen. Danach erklärte sie mit fester Stimme. Ich habe meine Tochter und meine Schwesternfamilie gerecht. Nichts tut mir leid. Im Gegenteil. Das Jammern und Flehen der Täter hat mich erquickt. Ich habe Gleiches mit Gleichem vergolten. Die Bestien wurden genauso gefoltert, wie sie es erbarmungslos mit meinen Mitschwestern getan hatten. Wir können jetzt zur Polizei gehen. Ich bin bereit. Sherlock Holmes nahm seine Pfeife wieder in die Hand und entzündete sie neu. Lange schaute er sinnend den Rauchwolken nach. Endlich sagte er leise. Ich bin nicht Scotland Yard. Wenn Lestrade nicht ermittelt, was sich im Hintergrund abgespielt hat, er erhob sich. Lady Dark, ich habe bereits heute Morgen einem Freund in Cardiff telegrafiert. Sein Schiff nach Frankreich läuft gegen Mitternacht aus. Den Zug können Sie noch erreichen, wenn Sie sich eilen. Nehmen Sie auch Ihren Sohn mit, der Ihnen geholfen hat. Guten Tag und viel Glück. Wie versteinert saß die Lady nun da. Dann stand sie wortlos auf und verließ das Haus. Ich schaute ihr nach. Dann wechselte mein Blick zu Holmes. Der winkte ab. Watson, in zwei Stunden geht ein Zug nach London. Ich brauche die Stadtluft zurück.